Realität ist ein schwer greifbares Konzept. Die Frage, ob die Farbe grün, wie ich sie wahrnehme, auch der Wahrnehmung von jemand anderem entspricht, oder ob unser gesamtes Da- und Bewusstsein nur dem Traum einer besonders fortschrittlichen künstlichen Intelligenz entspringt, oder auch ob die Menschheit kollektiv an Amnesie leidet und apokalyptische Ereignisse von vor 30 Jahren verdrängt, ist schlussendlich nicht eindeutig zu beantworten. Oder vielleicht beruht auch jede unserer scheinbar freien Entscheidungen einfach nur auf dem Wohlwollen eines fliegenden Spaghetti-Monsters. Wer weiß, im heutigen Video geht es um ein neues Spiel, das versucht, diesen Geist des Ungewissen gemeinsam mit einem gewissen Determinismus zu vereinen. Habt ihr auch schon Kopfschmerzen? Und damit hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es sind mal wieder Himmel und Hölle zusammengekommen und ein Entwickler hat sich überlegt, ein YouTube-Kanal mit unter 1000 Abonnenten, der sollte Content zu meinem neuen Spiel produzieren. Danke Keymailer. In diesem Video geht es um 3 Minutes to 8. 3 Minutes to 8 ist ein modernes Point-and-Click-Adventure, das von den Chaos Monga Studios entwickelt wurde und von Assembly Entertainment gepublished. Der erste Eindruck, den das Spiel vermitteln möchte, ist, dass es aus der Hand eines einzigen Entwicklers kommt, der nachts aufgewacht ist und Tage und Wochen lang nicht geschlafen hat, um die Idee für dieses Spiel zu Papier zu bringen. In den Credits sieht man fairness-halber noch ein paar weitere beteiligte Personen, aber es wirkt schon so, als wäre das Team nicht allzu groß gewesen und als wäre diese innovative Idee, naja, von einer Person gekommen. Die Chaos Monga Studios aus Estland produzieren übrigens nicht nur Videospiele, sondern auch Filme. Aus irgendwelchen Gründen taucht 3 Minutes to 8 aber gar nicht auf der Homepage auf. Und vielleicht hat das auch etwas mit der Entstehungsgeschichte des Spiels zu tun, aber wer weiß. Ich auf jeden Fall nicht. Was kann ich zu 3 Minutes to 8 erzählen, außer dass der Name extrem sperrig und relativ wenig eingängig ist. Nun, es ist eben ein sehr frisch releasedes Point & Click Adventure, weswegen ich an dieser Stelle schon mal anmerken möchte, dass ich keine großen Spoiler erzählen werde. Ich um kleinere Spoiler aber nicht ganz herumkommen werde, um die Kernmechaniken des Spiels zu erklären. Und da es sich auch um ein modernes, fancy-schmancy-arzy-fazzy Point & Click Adventure handelt, wird es auch nicht besonders leicht mit der Story anzufangen. Ich versuche mein Bestes. Kennt ihr vielleicht Untäglich grüßt das Murmeltier? Das ist ein Bill Murray Film von 1993, in dem ein zynischer Wetteransager dazu verdammt zu sein scheint, denselben Tag, nämlich den Murmeltiertag, immer und immer wieder zu erleben. Es scheint egal zu sein, was er tut. Er wacht jeden Morgen um 6 Uhr in seinem Bett auf und seine komplette Umgebung scheint unbehelligt davon zu sein, dass er sich in einer Zeitschleife befindet. Ich habe ganz gute Erinnerungen an den Film. Ich glaube aber auch, dass er an manchen Stellen relativ düster war. Wie auch immer, ich habe gegoogelt und es gibt wohl auch modernere Filme, die dieses Konzept grundsätzlich aufgreifen, wie Happy Death Day oder End of Tomorrow. Edge of Tomorrow. Ich habe diese Filme nicht selber gesehen, aber ich vertraue da einfach mal auf Google. Naja und solche oder so ähnliche Zeitschleifenhandlungen werden auch immer mal wieder in Serien aufgegriffen, also gehe ich davon aus, dass die meisten schon mal darüber gestolpert sind. Und 3 Minutes to 8 ist im Prinzip genau das. 3 Minutes to 8 findet in einem futuristischen Cyberpunk-Setting statt, mit fliegenden Autos, Robotern und Straßensteckdosen. Ganz ehrlich, das ist die Sache, die sich für mich am meisten nach Science Fiction anfühlt. Wir bewegen uns durch unser Apartment, den Eingangsbereich unseres Apartments und die Straße davor und versuchen herauszufinden, was vor sich geht. Im Spiel werden wir mit zwei Phänomenen konfrontiert. Zum einen scheint die Zeit um uns herum nicht zu vergehen, wenn wir uns nicht von einem Schauplatz zum nächsten bewegen. Und zum anderen endet unser Tag immer um 19.57 Uhr. Also 3 vor 8. Oh mein Gott, es ist wie im Titel des Spiels. Um 19.57 Uhr erleidet unser Protagonist scheinbar unausweichlich seinen Tod durch verschiedene Ursachen, wie einen Elektroschock, eine herabfallende Lampe oder einem NPC, der auftaucht und ihn erschießt. Und dann erwacht er wieder um 19.33 Uhr. Wieder und wieder und wieder. Und jedes Mal scheint unsere Welt ein wenig anders zu sein. Wir haben anderes Essen vom Vortag im Kühlschrank, unsere Freundin sieht anders aus oder auch der Foodtruck in den Straßen ist ein anderer. Wir haben also 24 Minuten unsere Umgebung zu erkunden und mit vielen verschiedenen NPCs zu interagieren, um eine Lösung für unser Dilemma zu finden. Die Regeln sind dabei leider nicht ganz konstant. Der Protagonist erinnert sich zwar daran, dass er stirbt, dass niemand dem er begegnet Erinnerungen an ihre vorherigen Unterhaltungen hat und dass es total sinnvoll ist, einen Störsender auf seinem Balkon zu platzieren. Aber aus irgendwelchen Gründen ist es ihm nicht möglich, erweiterte Dialogoptionen mit NPCs auszuführen, ohne sich selbst wieder an die entsprechende Stelle zu navigieren. Etwas seltsam formuliert, also gebe ich euch gerne auch ein Beispiel. Dazu aber auch einen ganz kleinen Mini-Spoiler bzw. zumindest einen guten Ratschlag. In unserem Wohnkomplex lebt eine ältere Dame, die ihre Katze sucht. Man kann über erstaunlich viele Dinge mit ihr reden, unter anderem auch darüber, dass sie recht alt ist und ihre Haare eine Perücke aus Silberdrähten ist. Für ein bestimmtes Rätsel müssen wir verschiedene Gegenstände sammeln, darunter auch einen Meter langen Silberdraht. Diese Information scheint der Protagonist aber mit jedem neuen Erwachen wieder zu vergessen. Und so müssen wir uns jedes Mal durch einen recht langen Dialog klicken, um diese Information im Notizbuch zu notieren und so weitere Optionen in anderen Dialogen freizuschalten. Ich habe bewusst dieses Beispiel genommen, weil es einfach recht wenig spoilt, aber im Prinzip funktioniert es immer so, dass man bei jedem neuen Erwachen mit denselben NPCs über dieselben Sachen reden muss, um erweiterte Dialogoptionen zu erhalten. Was ich in anderen Adventures immer als Point-and-Click-Sünde bezeichnen würde, ist hier einfach eine Core Game Mechanic. Und das kann einfach wirklich nervig sein, zumal es auch keine Optionen gibt, Dialoge wirklich schnell zu überspringen. Also klar, wenn wir die Maustaste spammen, geht es etwas schneller, aber die immer selben notwendigen Dialoge sind teilweise sehr ausufernd und kosten uns dann doch eine Menge Zeit. Fairness halber, die Synchronisation ist in weiten Teilen wirklich solide, wenn auch manchmal etwas klischeehaft. Man könnte jetzt vermuten, dass es irgendwie darum geht, Meta-Wissen als Spieler zu erlangen und mit den gesammelten Infos am Ende einen perfekten Lauf hinzulegen, aber das ist nicht ganz der Fall. Wir dürfen nämlich einen unserer gatterten Gegenstände nach jedem Tod auswählen und zukünftig bei jedem neuen Erwachen bereits von Anfang an im Inventar haben. Konkret heißt das, dass wir beispielsweise die zuvor erwähnte silberne Haarsträhne der alten Dame nach unserem Tod auswählen können und so dann schon mal eine der benötigten Komponenten für das entsprechende Rätsel beisammen haben und uns so lange Dialoge und Botengänge sparen können. Mit zunehmender Anzahl an Neustarts wird es also tendenziell leichter für uns, unsere Aufgabe zu bewältigen. Außerdem geht es bei 3minutes28 nicht um das Ende, sondern um ein Ende. Ich habe in meinen 6,5 Stunden Spielzeit alle 10 Enden freischalten können, allerdings fehlen mir noch 5 Erfolge, die nicht zu den Enden gehören. Das sind so banale Sachen wie Sterbe auf diese Weise, Sterbe auf diese Weise. Stellt sich noch immer die Frage, wie ist 3minutes28 denn jetzt? Naja, die Stärken von 3minutes28 sind definitiv die Präsentationen und die gut geschriebenen, einprägsamen Dialoge. Das Pixel-Artwork ist überwiegend, wirklich wunderschön und ausdrucksstark und die Musik überträgt sehr gut die 90er Jahre Retro-Sci-Fi-Zurück-in-die-Zukunft-Vibes. Die Dialoge sind zwar manchmal etwas zu lang für meinen Geschmack, aber sie sind gut geschrieben und auch gut lokalisiert. Voice-Acting ist natürlich immer eine Geschmackssache, aber es gibt bei keinem der Charaktere einen Totalausfall. Positiv möchte ich den Trenchcoat-Träger Dick erwähnen und als Schlusslicht fungiert vermutlich der japanische Foodtruck-Besitzer. Auch technisch ist das Spiel absolut solide, auch wenn es dann und wann mal passiert, dass der Protagonist sich falsch positioniert, wenn er mit seiner Umgebung interagiert. Es gibt die Option zur Controller-Steuerung, aber ich habe mich für die Steuerung mit Maus und Tastatur entschieden. Das ist natürlich persönliche Präferenz. Größter Kritikpunkt für mich ist eben, dass es keine Option gibt, Dialoge schnell zu überspringen, indem man beispielsweise die Maus gedrückt hält oder ähnliches. Denn spätestens nach dem dritten oder vierten Mal kann man den Text auch mitsprechen. Es gibt beispielsweise eine Quest-Reihe und damit ein verbundenes Ende, in dem man mit dem Fried Chicken-Händler über Sci-Fi reden muss, um mit jemand anderem über eine Zeitmaschine reden zu können. Und alleine der Dialog mit dem Foodtruck-Händler dauert schon eine halbe Ewigkeit. Designtechnisch wirkt 3 minutes to 8 erstmal ganz spannend und interessant, verliert sich dann aber ein bisschen in Langwierigkeit, wenn es darum geht, alle Enden freizuschalten. Es ist auch quasi nie klar, welche Hinweise oder Items wichtig für welchen Aufgabenstrang sind. Und es kann auch sehr nerven, wenn man zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sein muss und dann elendig lang entweder eine Zigarette rauchen muss, um eine Minute voranzuschreiten oder immer wieder durch dieselbe Tür laufen muss. Ich würde auch bemängeln, dass manche Ereignisse einfach random zu sein scheinen, wie zum Beispiel, welcher Foodtruck in den Straßen anzutreffen ist oder ob die alte Dame aus unserem Apartment auf der oberen oder unteren Etage anzutreffen ist. Ich vermute mal, dass man das irgendwie durch Gameplay beeinflussen kann, aber ich habe in meiner Spielzeit nicht rausgefunden, wie. Das ist halt etwas störend, weil manche Quests zwingend erst eine Unterhaltung mit dem einen speziellen NPC und dann mit einem anderen erfordern und wenn einer von ihnen im aktuellen Lauf nicht existiert, man das aber erst herausfindet, wenn man mehrere andere Screens vorangeschritten ist, dann bedeutet das eben verlorene Lebenszeit und entsprechend Frust. Ist aber nichts, was so lange durch eine Tür gehen, bis man ausrutscht oder einem eine Lampe auf den Kopf fällt, nicht lösen könnte. Der Umfang des Spiels ist mit insgesamt, je nachdem wie man zählen möchte, zwischen sechs und neun verfügbaren Schauplätzen wirklich minimalistisch. Aber diese dann doch sehr wenigen Screens sind eben auch super genutzt und gut in Szene gesetzt. Und ohne zu viel zu verraten, es gibt auch ein paar Meta-Rätsel und Anspielungen, die eventuell auf eure Steam-Daten zurückgreifen. Denkt nicht zu viel darüber nach, aber mich persönlich hat es abgeholt. Viel mehr möchte ich zu Three Minutes to Eight auch gar nicht loswerden. Nur noch eine Sache. Egal welche Aufklärung ihr für die Situation des Protagonisten im Sinn habt, vermutlich habt ihr recht. Es wird einfach die komplette Bandbreite des Verschwörungstheorie- und Science-Fiction-Gedankenexperiment-Klischees bedient. Ich möchte für Three Minutes to Eight eine vorsichtige Empfehlung aussprechen. Das Spiel kostet aktuell 15 Euro bei Steam, ich habe die Release-Version zur Verfügung gestellt bekommen und sie funktioniert so ziemlich einwandfrei. Es ist nur wichtig, dass man vorab weiß, worauf man sich einlässt. Wenn ihr Lust auf ein paar Stunden Point-and-Click-Unterhaltung habt, die eure Braintwist David Lynch, Christopher Nolan Verschwörungstheorie Nerven kitzelt, dann seid ihr hier genau richtig. Und allen denen das vielleicht ein bisschen zu prätentiös und aufgesetzt klingt, würde ich immer noch empfehlen, dass sie sich einmal die kostenlose Demo anschauen. Und nur um gegenüber dem Spiel und Entwickler fair zu bleiben, am 2.11.2023, also fast zwei Wochen nach Release und einen Tag vor der Aufnahme, kam anscheinend ein Patch, der die Dialog-Skip-Option ein bisschen beschleunigt. Und zusammen mit den Patch-Notes kamen auch direkt zwei Wände aus Text, in denen es darum ging, dass die Spieler sich doch vielleicht ein bisschen mehr auf das Spiel einlassen müssen. Ich habe diesen beschleunigten Text-Skip jetzt noch nicht getestet, aber ich denke schon, dass es ein bisschen Quality of Life bedeuten könnte. Und mit diesen guten Neuigkeiten an dieser Stelle herzlichen Dank fürs Zusehen. Und natürlich auch herzlichen Dank für eure Kommentare, Abonnements und Likes und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei wärt. Das funktioniert natürlich deutlich besser, wenn man abonniert hat. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.